Die Georg Höller, die Valenzio, die Litz-Valenzio, die Landgräfin, die Lils-Earnika. Ein nächstes Fohlen aus der Zucht des Georg Höller, sehr zahlreich, heute vertreten hier mit seinen Fohlen beim Fohlen-Championat. Und gleichzeitig auch ein weiteres Fohlen, das zur Auktion gemeldet ist, das wir sehen können. Und gleichzeitig auch ein weiteres Fohlen, das wir jetzt im Schritt sehen, bitte sehr. Mit einer ganz wertvollen Genetik, fast sieht es so aus, als ob die Genetik wichtig wäre für die Auswahl der Fohlen zum Championat. Sie ist natürlich wichtig, sie ist aber nicht der einzige Grund und das einzige Kriterium, nach dem ausgewählt wird, sondern natürlich auch das Exterieur, die Qualität des Fohlens, so wie es sich bei der Fohlenerhebung präsentiert. In diesem Falle aber darf man nicht unerwähnt lassen, dass wir es mit Landgräfin zu tun haben, dass wir es über die Landgräfin zu tun haben. Die Landgräfin Die Landgräfin Die Landgräfin